Hans Wallow, ein uralter Fahrensmann der SPD. Er sagt, der Staat muss wieder zum Menschen kommen, nicht der Mensch zum Staat. Er sagt, der Staat muss wieder verlässlich sein für den Menschen, für uns alle. Hans Wallow, kandidiert für den Parteivorsitz der SPD. Herr Wallow, seit Bestehen der SPD gab es 13 Vorsitzende. Warum Sie jetzt? Was wollen Sie anders machen? Ich habe sehr viel Erfahrung, operative Erfahrung, strategische Erfahrung. Ich hatte als Mitarbeiter die Möglichkeit, neben und für Minister zu arbeiten. Zwei Bundeskanzler wie Willy Brandt und das will ich einfach meiner Partei anbieten. Also gute Lehrzeit und jetzt kommt der Meister. Sind Sie besser als die anderen? Ja, ich glaube, ich weiß, wie Macht ausgeübt wird. Und das scheint mir eine sehr wesentliche Voraussetzung für diesen Job zu sein. Werden wir doch mal konkret. Es gibt ganze Berufssparten, die unglaublich wenig Geld verdienen. Zumindest für das, was sie tun. Vielleicht klingt das alles sehr gut, aber da gibt es die Tiefbauarbeiter, die bei 35 Grad im Schatten in drei Meter Tiefe irgendwo unten bei Bohren buddeln. Da gibt es die Arbeitsangst und Zukunftsangst in der Automobilindustrie, weil da viele Arbeitsplätze verloren gehen werden, wenn die Elektroautos dann richtig Fahrt aufnehmen. Wie wollen Sie diesen Menschen die Angst nehmen, zum Beispiel? Indem man aufpasst, dass sie nicht durch das soziale Netz fallen. Die können nicht allen helfen, aber wir müssen zumindest jetzt darüber informieren, dass es eine Welle von Entlastungen gibt durch Einsatz von Robotern. Fort hat Entlastungen angekündigt, die Postbank, die Deutsche Bank, BAS 11. Wie wollen Sie denn den Menschen die Angst nehmen? Information ist eine Nachricht. Die Angst bleibt bestehen. Indem man Programme auflegt für neue Arbeitsplätze. Die Älteren, denen die Möglichkeit gibt, in den wohlverstehenden Ruhestand zu gehen. Also Voraussicht ist notwendig. Und die SPD braucht unbedingt ein Zukunftsprogramm auf eine Perspektive bis 2035, in dem alle diese Fragen offengelegt, diskutiert und in die Gesellschaft kommuniziert wird. Also die Agenda 2035. Ich nenne das Perspektive 2035, die ich natürlich nur anstoßen kann. Wir hatten schon mal so etwas Ähnliches, den politischen Orientierungsrahmen 73-85. In dieser Zeit war die SPD die modernste Partei Europas. Ja, wenn nicht sogar der Welt, weil sie unterhalb der Grundwerte die einzelnen Bereiche, Arbeitsplätze, Wohnen, Verkehr, Landwirtschaft, Gesundheitswesen im Zusammenhang gesehen hat. Das Fremdwort heißt konsistent, zusammenhängt und jeder, der sich interessiert, nachlesen kann, was die SPD in Zukunft vorhat. Heute wursteln sowohl die CDU als auch die SPD selber vor sich hin. Und die GroKo ist nichts weiter als ein Reparaturbetrieb. Sie sagen, die SPD war die modernste Partei damals, wahrscheinlich sogar weltweit. Kritiker werden jetzt sagen, jetzt kommt der alte Knacker an, also sie sind ja keine 40 mehr und will die Partei wieder modernisieren. Das muss ich akzeptieren, mein biologisches Alter, aber Alter existiert im Kopf. Ich bin gefühlte 50. Zudem, Alter ist für Qualität nur ein Kriterium bei Rotwein und Käse. Zudem, Alter ist für Qualität nur ein Kriterium bei Rotwein und Käse.